Ich bin Fabian Hutter, Nationalratskandidat für die Jung-CVP für die Wahlen 2015 auf der Liste NUS. Ich habe schon in anderen Videos und anderen Anlässen erwähnt, dass mir ein zentraler Punkt von meinem Programm Vertrauen in die Politik ist. In einer direkten Demokratie wie der Schweiz ist Vertrauen in die Politik sehr wichtig. Ich finde, das erreicht man unter anderem durch Transparenz. Transparenz ist dann wichtig, vor allem wenn es ums Geld geht. Jetzt fängt der Wahlkampf an, die Leute beginnen Geld auszugeben, die Parteien beginnen Geld auszugeben und da hat man zum Teil das Gefühl, die haben irgendwo einen Goldesel. Da gibt es Leute, die werfen mit Geld um sich, Parteien, die Inserate, Werbungen schalten, die man unerklärlich für Geld hat und andere, die wieder ganz wenig haben. Und ich für mich muss sagen, das ist mir ganz wichtig, zu wissen, wer hat wieviel Geld und vor allem woher kommt das Geld. Weil ob jetzt da irgendwo ein Milliardär dahinter steht, der einfach noch ein paar Millionen locker macht, um seine persönlichen Interessen durchzusetzen, können. Ist doch schon noch ein Unterschied, als wenn man mit kleinen Spenden aus dem Volk quasi gleich ein Teil eines demokratischen Prozesses erreicht und das Geld zusammenkratzt. Und da müssten die Parteien und auch die, die gewählt werden wollen, mehr dafür tun, mehr sorgen, woher kommt das Geld. Ich kann jetzt da mit einem guten Beispiel vorausgehen. Ich habe noch nicht viel Geld ausgegeben im Wahlkampf, bis jetzt fast nur Spesen. Da kommen dann noch ein paar Plakate dazu, aber als Jungpartei ist da eher im bescheidenen Wahlkampf geführt. Das Geld, das ich für das brauche, ist von der Partei, von Familien, Freunden und aus dem eigenen Sack, wo ich noch etwas zahle. Aber ich habe nicht viel Geld, da macht es keinen grossen Unterschied, wenn ich euch das erzähle. Es wäre wichtiger, wenn auch die grossen Leute, die, die wirklich viel Geld investieren, die Parteien, dass die offenlegen, woher kommt ihr Geld, wer ist da im Hintergrund, wo sie finanziert. Weil das ist wichtig, weil wenn man das weiß, dann kann man nur mehr vertrauen und dann kann man nur noch besser wählen.